Mein Name ist Andreas Hirn. Ich bin Gold- und Silberschmiedemeister. Mit viel Leidenschaft und Fachwissen vereinen wir eure individuellen Wünsche in einem Ringpaar. Ihr designt mit unserer Hilfe eure Wunschringe. Wir entwickeln gemeinsam die perfekte Passform und spürt das Material, aus dem eure Ringe gearbeitet werden. Seht, wie dies zu einem Ring wird. Lasst euch verzaubern von der Farbvielfalt und entdeckt die unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. Aus dieser Vielfalt entwickeln wir gemeinsam eure individuellen Trauringe. Auf die Liebe Wir freuen uns auf euren Besuch. Trauringe Maß geschmiedet vom Goldschmiedemeister Andreas Hirn.